So, Paket Nummer 2, ja, Demon Slayer. Auch ein Paket aus der Privatsammlung von Pierre. Dankeschön! Ja, genau das, was ich eigentlich immer gesucht habe, eine Figur, wo Tanjiro und Netsuko drauf sind. Ja, das Artwork auf dem Karton finde ich mega gut. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil es ist echt ein schöner Karton auch mal. Und ja, ich bin echt gespannt auf die Figur und ja, wir packen sie gleich aus und dann sehen wir bei uns dann gleich nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020